Die erste Lesung steht geschrieben im ersten Brief des Johannes im vierten Kapitel. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Fürcht ist nicht in der Liebe, sondern der Wohlkommene. Liebe treibt die Fürcht aus. Denn die Fürcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht Wohlkommen in der Liebe. Lasst uns leben, denn er hat uns süßt geleibt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht lebt, denn er sieht, der kann nicht Gott leben, denn er nicht sieht. Und das Gebot haben wir von ihm, das für Gott lebt, das der auch seinen Bruder liebe. Halleluja! Es danken dir, Herr, alle Könige auf Erden, dass sie hören, das Wort deines Mundes. Halleluja! Halleluja! Halleluja!